Ich muss mich für den Test morgen vorbereiten. Aber wenn ich die ganze Zeit mit Zetteln bombardiert werde, dann werde ich das nicht schaffen. Jess, könntest du bitte aufhören? Okay, okay, ich wollte ja nur spielen. Mir ist langweilig. Oh, ich habe eine Idee, was ich tun könnte. Wunderbar, also kann ich in Ruhe weiterarbeiten. Was machst du da? Ich habe gesagt, ich muss weiterarbeiten. Das war's, das werde ich mir sicher nicht gefallen lassen. Hey, Susie, was soll ich denn machen? Jetzt kannst du alles machen, was du willst. Ich teile nämlich unser Zimmer in zwei. Du hast deinen Teil und ich habe meinen Teil. So werden wir einander nicht mehr stören. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt tun werde. Oh, was für ein Nerd. Das nenne ich Musik. Stopp. Wer bist du? Was ist hier los? Susie, was machst du denn da? Wer sind diese Leute? Wir haben uns doch geeinigt, dass du mein Privatgrundstück nicht betrittst. Das sind Bauarbeiter und die werden mir helfen. Hey, bitte, Bauarbeiter. Du hast doch nicht vor, ein Palast zu bauen. Woher willst du das wissen? Vielleicht will ich ja ein Palast. Wow. Gib mir mal den Plan. Hey, gib das wieder zurück. Warte, du darfst die Grenze nicht überschreiten. Ah, sie sind fertig? Bitte sehr. Vielen Dank. Wow. Was für ein Plan. Soll das ein Plan sein? Ich zeige dir, was ein neuer Raumplan ist. Mein Zimmer wird in Handumdrehen noch viel cooler sein. Ich werde mir ein riesiges Bett bauen. Tada. Das war es auch schon. Ich brauche noch nicht einmal Arbeiter. Das Kopfkissen will nicht halten. Was machst du denn da? Das war meine Idee. Ich will ein Haus unterm Bett, du Nachmacherin. Das war doch nicht deine originelle Idee. Also mache ich dir nicht nach. Aber mein Haus ist viel, viel besser als deins. Jess, du kannst mir gerne zuschauen und neidisch auf mich sein. Ich habe wirklich eine tolle Zeit hier. Bäh. Von wegen. Ich werde auch einen coolen Platz hier organisieren. Auf Spielzeug gibt es Rabatt. Den Laden muss ich besuchen. Hey, Finger weg. Du darfst hier nichts anfassen. Nur anschauen. Sehr gut, sehr gut. Keiner wagt es, mein Spielzeug anzufassen. Oh wow, Hagiwagi, es gibt es auch hier. Finger. Ja, ja, ich weiß ja. Oh wow, einen riesigen Hagiwagi gibt es ja auch noch. Der ist ja toll. Natürlich habe ich nicht so viel Geld. Aber ich denke, ich kann das Problem lösen, bevor der Rachmann mich sieht. Was ist hier los? Hier stimmt doch was nicht. Aber was? Hallo zusammen. Wie läuft es denn so? Entsprechendes Spielzeug. Hilfe. Ich muss mich dringend verstecken. Du meine Güte. Hoffentlich wird mich hier niemand finden. Ich kann mich endlich entspannen und ausruhen. Hallo, Quitschähnchen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich gerade gesehen habe. Was für ein Angsthase war das denn? Ich bin kein Dieb. Ich lasse das Geld natürlich hier. Ich hoffe, das ist genug. Susi, schaudere. Schau mal, was ich unter mein Kinderbett legen kann. Das ist auch viel cooler als dein Mädchenkram. Ich habe meinen eigenen Hagiwagi. Jess, du bist ja seltsam. Jetzt wird es an der Zeit, mein Zimmer mit Postern und allerlei coolen Sachen zu dekorieren. Es wird immer gemütlicher hier. Das könnte ich auch gebrauchen. Mein Haus ist viel cooler als deins. Das wird nicht lange so bleiben. Ich weiß, wie ich das Zimmer cooler machen kann. Was habt ihr denn hier gebaut? Oh, hallo, Papa. Kann ich die rosa Tasche haben? Ich will schließlich ein Schulmädchen sein, kein Schuljunge. Vielen Dank, ich habe dich lieb. Oh, ist ja wirklich schön hier. Ich habe dir richtige Häuser gebaut. Was zum Teufel ist das denn? Ha, der hat sich ja richtig erschrocken. Dieser Hagiwagi hält Eindringlinge fern. Guten Tag. Hier ist mein Aufsatz. Werden Sie ihn überprüfen? Aber sicher, es wird an der Zeit. Sie müssen ja sicher hungrig sein. Wollen Sie einen Apfel? Ich habe hier einen. Ich würde nicht Nein sagen. Oh, tut mir leid. Das war versehentlich. So was kann passieren. Ich hebe ihn hoch. Das ist meine Chance. Tut mir leid. Ich brauche das Brett. Ich habe den Apfel gefunden. Hey, Susie, wo bist du? Und wo ist die Schultafel? Wie soll ich jetzt den Kindern unterrichten? Okay, ich mache mir keine Sorgen. Tief durchatmen. Ich weiß, wie ich meine Gefühle loswerden kann. So, nimm das, nimm das. Was sagst du dazu? Na, warte, Susie. Wenn ich dich kriege, dann schlag ich dich blau. Jess, ich habe was viel Cooleres als dein Poster. Schau. Ich kann meine Poster selber malen. Hä, woher hast du eine Schultafel? Wozu brauchst du sie? Du kannst doch eh nicht malen. Was? Ich kann nicht malen? Na, warte. Du kannst noch was erleben. Hey, was machst du? Hupsch. Weißt du, die Farben stehen dir total gut. Ah, wie lustig. Wegen dir muss ich mich waschen gehen. Die Idee mit der Tafel war genial. Was könnte cooler sein als eine eigene Zeichnung? Hm, hier kommen noch ein paar Details rein. Eine Lampe in Form eines Einhorns. Eine Lampe? Wer braucht schon eine Lampe? Wenn man eine ganze Girlande hat. Schau mal her. Oh ja, das ist richtig toll. Oh Mann. Deine Girlande ist so viel cooler als meine Lampe. Mein Einhorn ist erbärmlich. Das kannst du laut sagen. Ich bin einfach viel cooler. Was soll ich jetzt tun? Ich brauche auch was Tolles. Ich glaube, ich weiß, was ich bekommen kann. Ich habe da einen Freund. Ich bin Hulk. Der böse und furchterregende Hulk. Hallo Fentin, kannst du mir bitte helfen? Ich brauche den Bären da drüben. Mein Teddybär? Aber ich mag ihn doch. Nee, den kriegst du nicht. Wieso bist du so gierig? Und wenn ich dir Nutella dafür gebe? Ich bin zwar ein Kind, aber selbst ich weiß, dass das Glas zu klein ist. Oh, Meno. Und wenn ich dir Chips gebe? Große Chips. Chips? Ja, zu Chips würde ich nicht Nein sagen. Aber das ist noch nicht genug. Ich brauche was anderes. Noch mehr? Ich habe noch einen Eimer Eiscreme übrig. Ist das genug? Oh wow, yeah, gib das her. Kann ich den Bären haben? Ja, okay, aber gib mir das Eis. Vielen Dank, Quentin. Ich muss los. Was ist das denn? Wo ist das Eis? Du willst mich also austricksen, hm? Ich zeige dir, was passiert, wenn man Quentin austrinkst. Seht her, meine Komraden. Dieses Mädchen hat mich ausgetrickst. Wir müssen dringend was unternehmen. Wie wäre es mit einem Schnurrbart auf dem Foto? Yeah, ich bin ein böses Genie. Geschehe hier zurecht. Das hast du jetzt davon, Susie. Ich hoffe, Quentin hat immer noch nichts bemerkt. Endlich habe ich den Teddybären bekommen. Daraus werde ich mir flauschige Wolken machen können. Wunderschön leuchtende Wölkchen. Das ist ja schön. Das nenne ich eine Beleuchtung. Voll toll. Ich habe noch nie sowas Schönes gesehen. Ich werde doch bestimmt hungrig sein. Also brauche ich einen kleinen Kühlschrank voller Leckereien. Ein Kühlschrank? Voll cool. Aber so einer wird mir nicht genügen. Ich glaube, ich brauche einen größeren. Mom, sorry. Ich gebe dir das später zurück. Wow, wo willst du denn mit diesem riesigen Ding hin? Man kann nie genug Essen haben. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo ist der Kühlschrank hin? Und wo sind die Nachos? Ich verstehe gar nichts. Und der andere Teller? Der war doch für die Gäste. Was ist hier los? Man kann sich ja gar nicht mehr wegdrehen. Ich hoffe, ich kann die Torte retten. Halt! Ich wusste doch, dass du es bist, Jess. Oh Mann, bin ich wütend. Okay, ich muss dringend in meine kleine Hütte. Na, wie geht's dir, Spinne? Ich bin gekommen, um Stress abzubauen. Wenn du nur wüsstest, wie schwer es ist mit diesem Kind. Aber hier kann ich mich endlich entspannen. Jetzt geht's mir viel besser. Wo bist du gewesen? Woher hast du die Torte? Du bist doch bloß neidisch, weil ich eine Torte habe und du nicht. Und was wirst du damit machen? Ich werde mit meinem Huggy-Wuggy-Tee trinken. Hey, lass mich in Ruhe. Hättest du doch auch mit mir teilen können. Oh Mann, mir ist voll langweilig. Voll cool, dass ich einen Fernseher besorgt habe. Das macht voll viel Spaß. Siehst du, Jess, mir ist nicht langweilig. Oh Mann, ich brauche auch dringend einen Fernseher. Ja, so langsam werde ich wieder hungrig. Ich nehme mir was im Kühlschrank. Ich brauche dringend diesen Fernseher. Ich hoffe, Daddy hat kein Problem damit. Ups. Hallo, Töchterchen, wie geht's dir? Hallo, ich wollte mir nur mal kurz den Fernseher ausleihen. Ja, ja, ist gut. Hä, Moment, wo ist der Fernseher hin? Oh, diese kleine Dieben. Wie konnte sie nur? Am helllichsten Tag. Schätzchen, ich habe dir eine Cola gebracht. Hm, wo ist er hin? Ich glaube, ich weiß wo. Hier ist alles klar. Er baut Stress ab. Mach bitte die Tür zu. Was hast du angerichtet? Das ist doch Daddys Fernseher. Du solltest dich schämen. Ich? Du bist doch bloß neidisch auf mich. Ich kann mir jetzt alles ansehen und anhören, was ich will. Äh, nee, das gefällt mir nicht. Oh, das ist genau das Richtige. Das ist doch viel zu laut. Oh. Ah, mir ist schon wieder langweilig von dem ganzen Zeug. Ich werde ne Menge Spaß haben. Schau, was ich mitgebracht habe. Damit kann ich richtige Tanzbattles veranstalten. Genau, das habe ich auch vor. Genau, das habe ich auch vor. Schau her. Ist doch nichts Besonderes dran. Schau, so geht das. Mann, das macht voll viel Spaß. Mann, das macht voll viel Spaß. Wir haben gewonnen. Ja, Gratulation. Schwesterchen, das sollten wir öfter machen. Mach einfach weiter. Ganz genau. Ich schlage vor, wir fangen mit etwas Feurigem an. Tabasco-Pasta gut. Der Hammer. Oh, das wird heiß. Davon gebe ich schön viel rein. Fertig. Jetzt sind wir bereit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da drin ist. Lass den Zufall entscheiden, wer beginnt. Ich habe gewonnen. Oh Mann, so etwas habe ich nicht erwartet. Na gut, ich kann das schaffen. Seltsam, das ist eine Schüssel. Ich frage mich, was drin ist. Eine Soße. Scheint nicht schlimm zu sein. Oh nein, mein Finger fängt an zu brennen. Ich muss ihn dringend löschen. Den hättest du dir lieber nicht in den Mund gesteckt. Du hast recht, Lilly. Das war eine schlechte Idee. Ich stecke hier alles in Brand. Ich muss mir den Mund zuhalten. Puh, mir geht's besser. Oh no. Ich will sicher nicht dasselbe erleben. Du musst deine Hand aber auch in die Box stecken. Das ist so schwer, weil sie zittert. Ich glaube, ich habe etwas falsch gemacht. Wo kommt der Rauch her? Die Box brennt. Wir müssen sie löschen. Alles nur, weil ich die Soße verschüttet habe. Schau dir dieses riesige Loch im Tisch an. Da unten ist jemand. Ups. Das war nicht so gedacht. Wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Das waren wir nicht. Eine riesige Kakerlake. Die gefällt mir gar nicht. Steig ein, du wirst erwartet. Wo kommt dieses Geräusch her? Ja, ich höre es auch. Und wenn das eine Schlange ist? Wir müssen uns zusammenreißen. Ich schlage vor, du fängst an. Nein, du kannst es gerne tun. Du hast doch bloß Angst. Angst, Hase. Natürlich nicht. Schau, so geht das. Ich bin ganz ohr. Noch spüre ich nichts. Hier ist auch nichts. Seltsam. Die Box muss wohl leer sein. Klasse. Dann brauche ich mir wohl keine Sorgen zu machen. Seltsam. Ich spüre etwas. Oh nein, es hat mich berührt. Eine Kakerlake. Du meine Güte. Sie ist mir in den Ärmel geklettert. Ich muss sie dringend fangen. Emma, ich wusste gar nicht, dass du so gut tanzen kannst. Kann ich mitmachen? Mach weiter so. Du hilfst mir nicht. Das macht viel zu viel Spaß. Oh, die bin ich los. Oh nein, da ist sie schon wieder. Yeah. Wo? Ich lege mich hin. Die Arme hat einen Schreck. Nur gut, dass mit mir alles in Ordnung ist. Ich weiß, das sieht nach einer Schüssel mit Würmern aus. Tatsächlich ist das bloß Lerkritze. Nicht schlecht. Ich hoffe, dass sie Emma und Lilly auch gefallen wird. Nach all dem, was wir durchgemacht haben, habe ich jetzt Angst. Oh oh. Tief durchatmen. Und los geht's. Okay. Das fühlt sich wie ein Brei an. Nein, das fühlt sich wie ein Wurrmann. Oh oh. Eine ganze Menge Würmer. Oh mein Gott. Würmer? Bloß nicht das. Bläh. Finger weg. Hey. Du bist dran. Ich hoffe, ich schaffe das. Du hast recht. Eine ganze Menge Würmer. Ich habe Angst. Oh no. Schmeiß das weg. Emma, ich glaube, wir haben etwas überstürzt. Das sind keine Würmer. Die riechen nicht schlecht. Yeah. Lecker. Emma, wo bist du hin? Ich bin hier. Wieso isst du Würmer? Du hast alles falsch verstanden. Ist alles in Ordnung. Probier mal. Pack das bloß weg. Die ist so seltsam. Die ist so seltsam.